Mit dir, nur mit dir, halt dir, ja, ja, nur mit dir Eine Nacht ganz allein, auf den Inseln von Achtelwein Eine Nacht hier am Meer, komm doch bitte, Mertia, flieg mit mir Heute nach Havane, keiner so schön wie du Zu viele Fantasien in meinem Kopf, fliege nach Athen, nur um dich zu sehen Was gelaufen, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Leute Heute gibt es mal wieder ein saftiges FIFA 21 Pack Opening Ich hoffe, ihr habt Bock, Leute, es wird, es wird saftig Schmeckt, es wird sehr, sehr saftig, hoffentlich, ja, wir werden sehen, Leute Ob die Packs gleich schmecken werden, lasst gern ein Like da, Leute Macht die 1000 Likes, weil du wisst es, bei 1000 Likes, ja, bei 1000 Likes Wird das Pack Baba, ja, ihr habt es in der Hand Also macht die 1000 Likes voll, dann ziehen wir gleich ein saftiges Pack Ich will es doch offen Abonnieren, Vlog aktivieren, täglich einschalten Ich hoffe, ihr seid täglich am Start Würde mich sehr freuen, Leute Und wichtig, schreibt einen Kommentar für den Algorithmus Ihr wisst es, wenn die Videos besser angezeigt, wenn die Videos empfohlen angezeigt Können wir wieder durchstarten, ne, ich will es doch offen, Leute Schreibt gerne rein, was in euren Packs war Schreibt gerne rein, was euer bestes FIFA 21 Pack in diesem Jahr war Ich bin gespannt, wie wir lagen Ihr wisst Bescheid, was ihr gezogen habt Und gerne auch reinschreiben, ja, was wir jetzt gleich in unsere Pack ziehen Vielleicht hier rätst du der eine oder andere, ja Also schreibt gerne unten rein, euren Tipp, was wir gleich ziehen werden Ich bin gespannt, was drin sein wird, Leute, ja Ihr wisst es wie immer, checkt noch gerne meine Songs aus Till FIFA Gaming, Spotify, iTunes, Amazon Music und Co Überall, wo es Musik gibt, wisst ihr, ja Schaltet gerne mal rein, ich würde mich sehr freuen, Leute, ja Wie gesagt, Till FIFA Gaming Abchecken auf allen Musikplattformen Hört mal rein, hört in mein Album rein, Leute Vielleicht gefällt euch der eine oder andere Song Ich würde mich sehr freuen, Leute, ihr wisst es Wir müssen Platz 1 weltweit der monatlichen Streams werden, ja 50 Millionen monatliche Streams Damit gehen wir auf Platz 1, Leute Also ganz easy, ganz einfach, ja Pump die Songs auf Dauerschleife, wisst es unten rechts in der Ecke Macht dieses Halbkreis, diesen Halbkreis Diese zwei Halbkreis-Pfeile da, oder was auch immer Einfach Dauerschleife, ne, und dann Tag und Nacht durchpumpen auf Am besten auf Mute Sonst geht es eurem Ohr danach ganz und gar nicht mehr gut, ne Ich danke euch dafür und Support Checkt auch noch gerne den Shop aus, ja Nice Designs in Schwarz, Weiß, Orange, Blau, Rot, Grün Kissen, Tasten, Tonbeutel, nice LED-Lampe, vieles mehr Gratis hier, ne, Autogrammkarte, die gibt es auch noch dazu Checkt es aus, gönnt euch was Ihr unterstützt mich damit, ich würde mich sehr freuen Dann würde ich sagen, starten wir ins Video, Leute Bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran Let's go Umsonst alles gewesen 23.30 Uhr fast Let's go 3, 2, 1 Ich will jetzt eigentlich, ja, komm Bitte, 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 Blue, bitte, Blue Nicht Blue Let's go Wir schauen mal, wer es wird Brasilien Torwart Liverpool Alisson Okay Okay It's nice It's nice It's nice Wie kommt der denn rein, Alter Brudi, wie der Boss Wie der Boss Wie der Boss Hä, Liverpool Digga, kommen die alle immer in ihren Trikots raus Mittlerweile Deswegen konnte ich das Trikot nicht aktivieren What the fuck Digga, der hat ja noch ein Liverpool-Trikot ankommen Digga, ich bin auch komplett lost Oder was ist das für ein Trikot Ich hab keine Ahnung, Alter Kann sein, dass das das Standard-Trikot ist Kommen die immer Ist das ein Liverpool Oder der Ich hab keine Ahnung Ist das ein Liverpool-Wappen Brudi, ich weiß es nicht Komplett Komplett lost gerade Ich weiß es echt nicht Keine Ahnung, Alter Vielleicht kommen die auch mittlerweile Ich hab in FIFA 20 So wenig Packs gezogen So wenig Walkouts Bislang in FIFA 20 gezogen Dass ich nicht mal Ahnung hab Ob die in den Trikots In deren Vereine rauskommen Schreibt's mir in die Kommentare, Alter Keine Ahnung Dann können wir da mit dem Wohlbein Trikot direkt lassen, Alter Obwohl ich's fresh finde Na gut Alisson ist nice 90er-Rated Wir haben mit 2 85er-Packs gezogen Gestern Salah 90er-Rated Heute wieder 90er-Rated Alisson Ich muss sagen, ich find 90er-Rated okay Natürlich, man kann jetzt nicht Ich hab noch einige Packs davon, Leute Ich werd euch noch einige davon zeigen Also smash den Like-Button kaputt, Leute Abonniert den Kanal Glocke aktivieren Wir gucken mal, was noch dahinter ist, Leute Also, was ich noch sagen wollte Man kann natürlich jetzt auch nicht erwarten Wir gucken jetzt erstmal 3, 2, 1 Let's go Was dahinter ist Und dann spreche ich dort Weiter Digga 3 Champions League-Karten Aber 3 Walkouts, Leute 3 Walkouts in einem Pack Müller, Piqué und Alisson Das ist Rekord Bislang Das ist Rekord Von unseren 85er-Packs Brudi Das ist Rekord, Digga 2 85er noch Gulasch Und Koke Gulasch ist am Start Naja, 3 Champions League-Karten Das Ding ist, die sehen ja auch blau aus Stell mal vor, Piqué oder Müller Wird zu Beginn gekommen, Alter Und ich hätte Boah, Digga Sieht man da einen Unterschied Zu den Team-Of-The-Group-Stage hier Oder Champions League-Karten Und zu den Team-Of-The-Ears Schreibt's auch mal in den Kommentaren Wie gesagt, ich hab so, wenn ich Packs nicht sehr gezogen Ich hab keine Ahnung Bisschen enttäuscht, muss man sagen Ich mein, 2 85er Gestern waren 4 85er drin Jetzt sind es nur 2 3 Walkouts Einer davon ist 90 Kann auch komplett lost werden, ne? Okay, let's go, Leute Wir öffnen es Mané Team-Of-The-Day Hier ist Bruno Fernandes Salah Reus Ramos Kimmich Kilini Es gibt einige Wie viele Walkouts gibt's insgesamt? Es gibt schon einige, ne? Muss man dazu sagen Es gibt schon einige Okay Leute 5x85 plus Nose-Pack, Leute Die Nase des Pack-Lucks Muss ein Team auf dir bringen Come on, 3-2-1 Let's go Bitte, Bruder Bitte, 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 blau Bitte, blau Bitte, blau Bitte, bitte Mann, Alter Kann doch nicht wahr sein, Alter Come on, Italien Das kann schon nichts geben ZM Was ist das denn? Paris Verratti Wollt ihr mich verarschen? Der hat 86 Oh mein Gott Bruder Der Typ hat 86, Alter Der Typ hat 86 Oh, ey Das ist so Digga, du spielst 2 Stunden oder so Für dieses Du spielst 2 Stunden Für dieses Pack 2 Stunden spielst du Für dieses Pack 2 Stunden Für Verratti, Bruder Für Verratti Der ist Das Ding ist Wenn er wenigstens 89 Hätte, 90 Dann wäre er wenigstens fresh Für irgendeine andere SPC Aber der Typ hat 86 Das heißt Mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit Dass alle anderen Die dahinter sind Die haben weniger Alter Das heißt Die haben entweder alle auch Nur 86 Aber ich gehe davon aus Dass hier wahrscheinlich noch 4 85er Spieler dahinter sind Also das ist eigentlich Ein schlechteres Pack Kann man glaube ich gar nicht ziehen Es sei denn Da kommt noch ein 85er raus Das wäre es dann komplett gewesen Aber die Chance Ich bin mal gespannt Ob wir irgendwann Aus diesen Packs Ich werde davon denke ich Mal das eine oder andere machen Wenn wir irgendwann Aus diesen Packs Ein 85er ziehen Digga Dann dreh ich durch Wir gucken was dahinter ist Let's go Alter Junge, Junge, Junge 4 85er Digga Nicht mal noch Nicht mal noch Ein 86er Nicht mal noch Ein einziger 86er dahinter Das ist doch Brauche ich Junge Weratimares Monucci Milinkovic Und Sané Sané ist auch gefühlt In jedem Pack Drinnen Von diesen 85er Packs Also Bislang das schlechteste Pack Weil sie überhaupt gezogen haben Von den 85er Packs Ich weiß nicht Ob man das noch toppen kann Ich weiß es nicht Ich weiß nicht Ob es man noch Ich habe es gesagt Ich habe gesagt Mit hoher Wahrscheinlichkeit Sind da 4 85er drin Ist natürlich auch so Natürlich hätten jetzt auch noch 4 86er drin sein können Dann wäre es fresh gewesen Dann wären wenigstens Vom Ding her 5 Walkouts In dem einen Pack gewesen Aber Digga WTF Junge, Junge, Junge Also das schlechteste Pack Wir halten es Wir haben es auf Video Das ist das schlechteste Und auf Livestream Wir haben das schlechteste 85er Plus Pack Das wir bislang gezogen haben Wir gucken mal Ich schwöre ich hatte Leno, Werner, Parejo, Bonucci Und Sané Okay, das ist noch schlechter Na gut Wir gucken mal Ob wir irgendwann Noch ein schlechteres Pack ziehen Alter Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Alter Mann ey Es ist alles möglich Bei dem Game Das war es schon Von diesem Pack Opening Leute Ich hoffe Ich hoffe doch Ich hoffe doch Dass es euch gefallen hat Leute Wenn es euch gefallen hat Würde ich mich freuen Wenn ihr einen Like da lasst Und würdet Leute Macht die 1000 Likes Voll ihr wisst es Refresh Wenn wir die knacken würden Falls ihr nicht abonniert habt Kostens abonnieren Glocke aktivieren Und täglich dabei sein Täglich einschalten Wäre ebenfalls fresh Und wie gesagt Schreibt gerne noch einen Kommentar Ist wichtig Dann werden die Videos Empolen angezeigt Werden die Videos Generell besser angezeigt Würdet ihr mich mit sehr unterstützen Für euch Das ist ganz nur ein kleiner Aufwand Also schreibt gerne Ja Einen Kommentar Was ihr aus euren Packs gezogen habt Was euer bestes FIFA 21 Pack war Schreibt es gerne rein Ich hoffe natürlich Es war was Saftiges bei euch drin Ich will es doch mal hoffen Leute Ich will es doch mal sehr hoffen Wäre auf jeden Fall sehr sehr nice Leute Checkt die mal noch gerne jetzt Wenn ihr Lust habt Meine Songs ab Ihr wisst es Till FIFA Gaming Auch Spotify iTunes Amazon Music Eine Ahnung Wo es überall Musik gibt Apple Music Was weiß ich Überall wo es Musik gibt Till FIFA Gaming Gerne reinhören Hört in mein Album rein Vielleicht gefällt euch Der ein oder andere Song Es sind einige Songs Es sind einige Songs jetzt online Ich würde mich sehr freuen Wenn ihr es mal abcheckt Wäre sehr sehr nice Ich danke jedem Der da vorbeischaut Ihr wisst es Wir müssen Platz 1 Der monatlichen weltweiten Streams werden 50 Millionen monatliche Streams Kriegen wir auf locker Auf ganz locker hin Auch ganz ganz locker Also streamt auf Dauerschleife Wie man unten rechts in der Ecke Halbkreis Pfeile anmachen Dauerschleife Und dann Dann geht ihm Leute Tag und Nacht Auf Dauerschleife Durchpumpen Ihr willst hoffen Wäre nice Wäre sehr sehr nice Ich danke euch da vielmals Für uns Support Und nicht vergessen Checken euch die nice Designs Gönnt euch In Schwarz In Weiß In Rot In Orange In Grün Alle Farben Kissen Tassen Turmbeutel Nice LED Lampen Und vieles mehr Gerne abchecken In meinem Shop Ihr unterstützt mich natürlich Mit jedem Kauf Gratis Autogrammkarte Gibt es auch noch dazu Abchecken lohnt sich Oder auch nicht Oder auch nicht Schaut gerne vorbei Wenn ihr Bock habt Würde mich sehr freuen Und ja Dann würde ich sagen War es das soweit Ich hoffe ihr seid auch Beim nächsten Video Wieder am Start Meistens um 18 Uhr Ihr wisst Bescheid Entweder 13 oder 18 Uhr Oder 12 oder Immer Entweder 12, 13 Uhr Oder 18 Uhr Eine von diesen Uhrzeiten Wird schon sein Also schaut vorbei Und dann sehen wir uns Beim nächsten Mal wieder Ich will es hoffen Macht es gut Leute Bis zum nächsten Mal Haut rein Und Tschau